Am 4. Januar startet die neue Staffel der Bergdoktor im ZDF. Hans Siegel verrät, was die Zuschauer erwarten können. Affären, Liebeskummer, Bruder Zoff, die Dramen des Dr. Martin Gruber in der Bergdoktor gingen zuletzt vielen Zuschauern gehörig auf die Nerven. Doch jetzt geht's wieder aufwärts. Hans im Glück, Versöhnung und eine neue Liebe. Die dunklen Zeiten im Leben des Martin Gruber sind erst mal vorbei, verspricht Gruber-Darsteller Hans Siegel, 54. Der Bergdoktor geht auf Dates. Puh, zum Glück, bei seinen Worten atmen viele Fans auf. Endlich ist der Dauerzoff mit Martin Grubers On-Off-Freundin Anne vorbei. Doch der smarte Frauenschwarm bleibt natürlich nicht lange allein. In der letzten Staffel trat Karin Bachmeier in Martins Leben. Die hübsche Blondine, gespielt von der Wienerin Hilde Dalik, 45, scheint ein Auge auf den attraktiven Alpenarzt geworfen zu haben. Ob sich daraus etwas Ernsthaftes entwickelt? Sagen wir mal so, es könnte durchaus sein, dass er sich öfter mal verabredet, orakelt Siegel. Versöhnung zwischen Martin Gruber und seinem Bruder Doch dann ist da noch der große Streit mit Bruder Hans. Vor 16 Jahren hatte Martin eine geheime Beziehung mit dessen Frau. Nachdem alles rauskam, herrscht Eiszeit zwischen den Brüdern. Doch der kranken Mama Gruber zuliebe reißen sich die Männer zusammen. Also alles heile Welt am wilden Kaiser? Nein, wir haben wieder Fälle. Da stellt es einem die Haare auf. Das ist Wahnsinn dieses Jahr, so der Alpendock. Hans Siegels Abschied als Bergdoktor. Aber die ganz dunklen Wolken im Leben des Martin Gruber verziehen sich erst mal. Und auch ein Ende der Kult-Serie ist nicht in Sicht. Im Frühsommer 2024 beginnen die Dreharbeiten zur 18. Staffel. Wir mussten uns noch kein Abschiedsszenario für Martin Gruber überlegen. Insofern gehen wir freudvoll ins kommende Jahr, sagt Hans Siegel vergnügt. Vielleicht ist ja damit auch sein Liebesglück zum Greifen nah. Nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei. Hier geht's zu unserem WhatsApp-Kanal.